Der Finaltanz der Saison 97, 98 und der ist zum ersten Mal Jive. Aus den lateinamerikanischen Tänzen kommt der Jive und zum ersten Mal in dieser Saison auch auf dem Eis gezeigt. Eine Herausforderung für die Eistänzer, denn zum ersten Mal, Gott sei Dank endlich, dürfen auch Stimmmusiken, man darf auch singen beim Jive beim Wettbewerb, also bei den Olympischen Spielen könnte man auch eine gesummene Musik im Eistanzen, zumindest im Jive. Meine Damen und Herren, Sie kommen aus Bulgarien, Albena Denkova und Maxim Stavisky. 1, 2, 1, 2, 10, Battle! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5 Wolley 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 Watch now watch, watch, watch You got it, you got it, you got it Applaus Applaus